So, hallo. Hier noch kurz ein Anleitungsvideo zum Thema, wie kann ich Teile von Bildern transparent gestalten, so dass sie sich also sehr schön in die Folie einpassen und nicht dieses rechteckige Aussehen zeigen und wie kann ich Überschriften auf allen Folien gestalten. Fangen wir gleich an. Um mit Bildern zu arbeiten, brauche ich natürlich ein Grafikprogramm. Ich empfehle das Programm GIMP, das ihr alle auf eurem USB-Stick haben solltet, im Portable Apps Menü. Hier, wenn ihr das das erste Mal startet, bekommt ihr diese Seitenleisten als einzelne Fenster. Das ist natürlich nicht besonders schön und komfortabel und gewöhnungsbedürftig. Ihr könnt das aber leicht ändern über das Fenstermenü, Einzelfenstermodus, werden die beiden Seitenleisten jetzt rechts und links angedockt. Ja, jetzt brauchen wir noch ein Bild und das Bild holen wir uns natürlich aus dem Internet. Ich habe hier schon mal den Suchbegriff TSV Laubheim eingegeben. Natürlich nützt uns das ja wenig. Wir brauchen die Bilder. Da haben wir ein schönes Logo vom TSV und Achtung, jetzt nicht dieses Bild einfach rechte Maustaste kopieren, sondern erst mal auf die Webseite gehen. Da haben wir es größer, jetzt rechte Maustaste das Bild in die Zwischenablage kopieren über das Kontextmenü. Jetzt wechseln wir zu unserem Grafikprogramm. Hier können wir das Bild über Datei erstellen aus Zwischenablage in die Bildbearbeitung holen. Als erstes wählen wir das rechteckig markieren Menü, äh, Werkzeug aus. So, das kann man noch verändern. Also wir sollten das nicht zu weit, aber auch nicht zu knapp auswählen. Und dann können wir im Bildmenü das Bild auf den ausgewählten Bereich zuschneiden. Fertig. So, jetzt müssen wir noch das Weiß wegkriegen. Dazu brauchen wir den Zauberstab, der markiert einen zusammenhängenden Bereich ähnlicher Farben. Hier können wir noch den Schwellwert festlegen. Wenn wir den zu hoch nehmen, wird einfach zu viel von dem Bild. Hier sehen Sie, würden dann auch diese weißen Ränder transparent. Das wollen wir ja nicht. Wir möchten nur den Bereich außenrum. So, jetzt müssen wir noch schauen, ist das Bild für die Arbeit mit Transparenz vorbereitet. Das machen wir bei den Ebenen. Transparenz. Aha, es gibt schon einen Alpha-Kanal. Wir müssen ihn nicht hinzufügen. In ihm werden nämlich die Transparenzeigenschaften gespeichert. Also, das können wir uns hier an dieser Stelle sparen. Sonst müssen wir hier aufpassen, das muss ein Alpha-Kanal existieren. So, jetzt haben wir ja diesen Bereich des Bildes markiert. Mit der Entfernen-Taste können wir den markierten Teil des Bildes löschen. Wir sehen jetzt durch das transparente Bild auf dem Hintergrund. Das zeigt uns also deutlich, an diesen Stellen ist das Bild jetzt transparent. So, ja, jetzt müssen wir das Bild noch speichern. Dazu wählen wir hier nicht das Speichern. Dann würden wir es im GIMP-Format speichern, sondern wir wählen den Menüpunkt Exportieren. Ihr seht, ich habe es ja schon mal ausprobiert gehabt. Das Logo achtet bitte drauf. Es muss die Endung PNG sein, denn nur PNG-Dateien können mit diesen Transparenzeigenschaften umgehen. Und ich nenne das jetzt einfach mal Logo TSV1, speichere das auf meinen Desktop, exportiere das auf meinen Desktop. Kann ich hier noch ein paar Einstellungen, muss ich jetzt nicht weiter beachten. Jetzt habe ich das Bild auf meinen Desktop abgespeichert, als PNG-Datei aus GIMP exportiert. Jetzt kann ich zurückgehen zur Präsentation. Ja, und hier möchte ich es jetzt einfügen. Also, Einfügen, Bild aus Datei. Es liegt auf meinem Desktop hier. Und wenn ich hier runtergehe, habe ich also auch das, was ich gerade gespeichert habe, und mein Probebild von vorhin. Dann öffne ich das hier. Und wir sehen, es ist also sehr schön transparent geworden. Und man kann mit diesem Logo auch sehr gut arbeiten. Zum Beispiel, indem man es also an entsprechender Stelle platziert. So viel zum Thema Transparentmachen von Bildern. Das funktioniert natürlich mit allen Bildern. Beachtet die Einzelschritte. Schaut sie euch nochmal in Ruhe an. Übt das ein wenig. Und dann werdet ihr sehr viel Freude daran haben, Bilder für eure Präsentation maßgerecht zurechtzulegen. Kommen wir nach 5 Minuten jetzt noch zum zweiten Thema schnell. Nämlich Überschriften in allen Folien gestalten. Überschriften in allen Folien gestalten. Aufgepasst. Dazu brauchen wir hier die Formatvorlagen. Denn solche Überschriften werden nach einer bestimmten Schablone dargestellt. Die Schablone nennt man Vorlage. Hier haben wir die Möglichkeit, die Formatvorlagen uns anzeigen zu lassen. Und aufgepasst. Diese Titelformatvorlage stimmt jetzt nicht für unsere Folie. Das sind die Standardvorlagen, die also für alle Folien einfach übernommen werden könnten. In unserer Folie wurden also spezielle Präsentationsvorlagen verwendet. Dieser Titel hier. Diese Titelvorlage ist also die Vorlage, nach der unsere Titel hier gestaltet werden. Rechte Maustaste ändern. Hier können wir jetzt eine Schriftart auswählen. Nehmen wir Comic Sans. Das ist auf den meisten Computern drauf. Viele der Schriften sind auf vielen anderen Computern gar nicht enthalten. Ihr könnt also nur Schriften verwenden, die auf dem Computer installiert sind. Dann setze ich das nach FET. Mit OK schließe ich das ab. Wir sehen jetzt hier, die Folie hat die entsprechende Schriftart angenommen. Der Folientitel hat die entsprechende Schriftart angenommen und das auf allen Folien. So, das war es schon. Ich wünsche euch viel Spaß bei der weiteren Gestaltung eurer Folien. und damit schließe ich dann dieses Video. Wir sehen uns an액. Untertitelung des ZDF, 2020